Shalom und herzlich willkommen zur wöchentlichen Andacht vom 15.08.2023 von Amir Zafati und Barry Stegner. Der Kontext spielt innerhalb eines Vortrags in Miami, Florida. Auf der Akropolis von Korinth gab es einen großen Schrein für Aphrodite und alle Ehefrauen der Stadt verstanden nicht, warum ihre Ehemänner plötzlich so spirituell waren. Alle Männer wollten Aphrodite verehren. Dann fanden sie heraus, dass es im Tempel der Aphrodite ein Bordell gab. Aber es war nicht einmal ein traditionelles Bordell. Die Prophetinnen der Diana oder Aphrodite waren in Wirklichkeit Prostituierte und plötzlich kamen alle Männer aus dem Osten und aus dem Westen in diese Stadt. Sie dachten, sie würden eine spirituelle Reise antreten. Paulus beobachtete und sah all diese schrecklichen Abscheulichkeiten. Alles im Namen von Göttern, die nicht einmal existieren. Und als ob das nicht genug wäre, sind die einzigen Menschen, die er kennt, die den einen Gott anbeten, das jüdische Volk. Also ging er in die Synagoge und die Juden waren noch mehr gegen ihn als die Heiden. Er war völlig deprimiert. Doch dann sprach der Herr in der Nacht in einer Vision zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand wird dich angreifen, um dir zu schaden. Denn ich habe viel Volk in dieser Stadt. Und er blieb dort ein Jahr und sechs Monate und lehrte das Volk Gottes unter ihnen. Apostelgeschichte 18, Verse 9-11. Durch diesen Traum erschien Gott. Paulus, der am nächsten Tag abreisen wollte, blieb anderthalb Jahre länger, weil Gott sagte, dass er in dieser Stadt viele Menschen habe, obwohl sie voller Heiden war, voller selbstgerechter Menschen, obwohl sie ein pseudoreligiöser Ort war. Miami? Gott hat viele Menschen in dieser Stadt. Doch du bist deprimiert. Wenn du entmutigt bist, weil du den ganzen Müll draußen siehst, dann sei nicht entmutigt. Ich habe den Tempel der Diana hier noch nicht gesehen. Ich meine, ich sehe die ganzen Schiffe kommen, das ist klar. Aber ich kann euch eines sagen. Gott hat viele Menschen in dieser Stadt. Lasst euch nicht entmutigen. Kurzer Einschub. Im Biblebyte-Video, ebenfalls abrufbar über die Videobeschreibung unten, kann man sich diesen kurzen Vortragsausschnitt ansehen und auch nachlesen. Diese Woche überschrieben mit Sei ein Licht in deiner Stadt. Heute lediglich auf Englisch verfügbar. Einschub Ende. Paulus Zeit in Korinth, wie sie in Apostelgeschichte 18 beschrieben wird, sollte als Erinnerung daran dienen, dass die Kirche zur Infiltration und nicht zur Isolation berufen ist. Korinth war eine Stadt, die von sexueller Unmoral und heidnischem Götzendienst durchdrungen war. Sexuelle Sünden, die Gott verboten hatte, wurden tatsächlich als Teil der Anbetung der griechischen Göttin Diana praktiziert. Dennoch sagte Gott zu Paulus, dass er viele Menschen in der Stadt hatte, sodass er keine Angst haben sollte zu sprechen. Gott sagte nicht, Paulus, geh weg von dort, das ist heidnisch. Er sagte, Paulus, es ist heidnisch und das ist genau der Ort, an dem ich dich gebrauchen will. Apostelgeschichte 18, 11-13. Und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallion Stadthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir immer dann, wenn wir versuchen, eine verlorene und sterbende Welt zu erreichen, die in Unmoral und Götzendienst gefangen ist, auf Widerstand stoßen werden. Oft von den Ultrareligiösen. Jesus wurde wegen der Menschen, mit denen er verkehrte, kritisiert. Ein Freund der Sünder zu sein, wurde von der religiösen Elite als negativ angesehen. Dabei sind es gerade die Sünder, zu denen wir mit dem Evangelium gesandt sind. Die Kirche soll sich nicht isolieren und nur untereinander reden und sich von der Welt abschotten. 1. Korinther 5, Verse 9-11. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Es ist interessant, wie oft die Kirche diejenigen meidet, die wir eigentlich erreichen sollten, und diejenigen willkommen heißt, die wir meiden sollten. Wir haben von dem wunderbaren Wirken Gottes an Orten wie Iran und Afghanistan gehört. Wir alle haben Zeugnisse von Menschen gehört, die Gott aus der Gosse des Lebens geholt, gerettet und verwandelt hat. Der Grund, warum wir solche Dinge hören, ist, dass jemand das Evangelium mit ihnen geteilt hat. Ja, es könnte durch einen Traum geschehen sein, wie wir es aus dem Iran hören, aber am häufigsten geschieht es durch das Zeugnis von Mensch zu Mensch. Unsere Welt wird von Tag zu Tag bizarrer und böser, und es wäre einfach, uns von ihr zu isolieren und einfach darauf zu warten, dass der Herr kommt und uns abholt. Doch es war Jesus, der sagte, dass wir in Besitz nehmen sollen, bis er kommt. Die andere Seite der Medaille, die wir heute beobachten, ist die Einstellung, wenn du sie nicht besiegen kannst, schließe dich ihnen an, bei der die Kirche der Welt immer ähnlicher wird. So rennen die Christen im übertragenen Sinne zum Tempel der Diana und suchen nach weltlichen Vergnügungen. Doch selbst, denn beides zutrifft, sagt Gott dennoch zu uns, hab keine Angst, ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Diese Aussage, die der Herr zu Paulus in Apostelgeschichte 18 machte, bedeutete, dass es viele gab, die der Herr retten wollte und dass Paulus die Stadt nicht als fruchtlose Situation betrachten sollte. Das wissen wir aus dem Kontext der vorhergehenden Verse, in denen wir lesen, Apostelgeschichte 18, 5-6. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon. Von nun an gehe ich zu den Heiden. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Botschaft von den Massen weitgehend abgelehnt wird. Wir leben in einer Zeit, in der viele in der Kirche nichts mit den Menschen in der Welt zu tun haben wollen und sich mit dem Überleben begnügen, anstatt zu wachsen. Wir leben in einer Zeit, in der viele in der Kirche genauso leben wie die Menschen in der Welt und jeden zurückweisen, der sie zur Umkehr aufruft und behaupten, dass Umkehr ein Werk ist und wir durch Gnade gerettet werden. Das bedeutet nicht, dass Gott keine Seelen mehr rettet und es bedeutet auch nicht, dass es in deiner Stadt keine Menschen mehr gibt, die du erreichen sollst. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen hinaus zu gern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Denke daran, dass Gott viele Menschen in der Trübsal retten wird. Er wird noch viel mehr während des Millenniums retten. Ja, die meisten werden ihn ablehnen und die Masse wird am Ende der tausend Jahre Satan über Gott stellen. Aber all das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott immer noch viele rettet, selbst inmitten gefährlicher Zeiten und Umstände. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du in Korinth lebst und beobachtest, wie Menschen, die behaupten, Christen zu sein, in Scharen zu den heidnischen Tempeln strömen und doch ist Gott noch nicht fertig mit dem Retten. Deshalb sollten auch wir nicht aufhören, Zeugnis zu geben. Immerhin, Römer 10, 14-17. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Gott möchte die Menschen retten, denen du jeden Tag begegnest. Und rate mal, mit wem er sie retten möchte. Du hast es erraten. Die Person, die dich jeden Tag im Spiegel grüßt, ist der jemand, den er berufen hat, in die Welt zu gehen und das Evangelium zu predigen. So komme schnell, Herr Jesus. Amios Bücher gibt es auch in deutscher Übersetzung beim CMV, christlicher Medienvertrieb Hagedorn, im Internet. Dort findet ihr unter anderem die Bücher Offenbarung offenbart, Offenbarung offenbart Arbeitsbuch, der Tag naht, der Tag naht Arbeitsbuch, die letzte Stunde, Operation Jogdan und vielleicht heute?